Hier sind wir im Lecanolia und hier in dem Baum ist der Spa-Bereich untergebracht. Das ist total interessant, weil der Spa-Bereich ist hier in den Baum und rings um den Baum gebaut. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Wir können es leider nicht von innen sehen, weil alle Spa-Räume besetzt sind im Moment. Vielleicht nachher dann noch. Ich zeige euch jetzt dann erstmal den Strand.